Hamid, schau mal. Heinz Lupeck, sagt dir das noch was? Damals warst du 18. A-Jugend. Wattenscheid? Heinz sagt mir jetzt nichts. Heinz hat für Schalke 04 für Rudi Assauer euch beide, also dich und dein Bruder, bei diesem Spiel beobachtet. Und das ist die Einschätzung, sehen wir hier. Schnelligkeit, sehr schnell, Zweikampfverhalten sehr gut. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch ein falsches Spiel gesehen, könntest du ja sagen. Hohe Spielintelligenz. Ja, ab und zu mal kam da schon mal. Ja, aber zufällig. Gute körperliche Voraussetzungen? Hab ich ja heute noch. Das nennt man ein Einserzeugnis. Da. Ja.